Und damit einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben, hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Ja, kurz vorm Wochenende wollen wir uns natürlich nochmal schnell mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigen, denn auch diese Handelswoche war wieder von absoluten Erfolg gekrönt. Und da wollen wir nicht nur einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen, sondern wir wollen uns auch mit einem Basiswert beschäftigen, der in den letzten Tagen zu einer wahren Gelddruckmaschine geworden ist. Also das ist ja der helle Wahnsinn, wenn ihr uns verfolgt auf unserem Facebook-Blog, was viele von euch tun, clevererweise, werdet ihr mitbekommen haben, dass wir am 26. Februar über den NZD Yen gesprochen haben und dem eine potenzielle Verkaufsgelegenheit eingeräumt haben. Das heißt, wir haben hier diesen Spot mit euch geteilt und dann tatsächlich eine exakte potenzielle Verkaufszone mit euch geteilt. Und was seitdem passiert ist, ist einfach der blanke Wahnsinn. Betrachte man die Tatsache, dass wir dieses Setup auf Basis unserer fünf magischen Grundgesetze entwickelt haben. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und das ist quasi unsere glasklare Fünf-Schritte-Blaupause, die wir nutzen, um hochintelligente Trading-Setups zu definieren. Und wenn wir uns jetzt nochmal schnell den NZD Yen anschauen, wie der sich seit der Ideenfindung, seit der Konzeption letztendlich entwickelt hat, ja, dann ist das der blanke Wahnsinn. Wir schauen hier einmal ganz kurz rein, wie der sich entwickelt hat. Film ab! Das ist wirklich eine Demonstration, wie sie krasser nicht hätte sein können. Von hier oben ging alles los. Auf Basis der fünf magischen Grundgesetze konzipierter Trading-Spot und wir waren von Anfang an mit dabei. Auch da können wir nochmal ganz kurz reinschnuppern, denn die ersten Bewegungen, Abwärtsbewegungen, haben wir natürlich auch mitgenommen. In den Markt reingekommen, hier oben die ersten Positionen aufgebaut und dann ging das Ding nach unten. Es ist nach unten katapultiert über Nacht dann auch nochmal und wir haben alles richtig gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren wir schon wieder bei 30.000 Dollar Gewinn. Wir haben dann ein Vorher-Nachher natürlich auch noch mit euch geteilt. Auf unserem Facebook-Blog haben wir euch auch immer auf dem Laufenden gehalten. NZD Yen 33.000 Dollar Profit mit einem wahnsinnigen CAV von 1 zu 32. Im letzten Video haben wir noch darüber gesprochen, dass der NZD Yen uns nicht mehr so richtig gefällt, denn die SKS wurde zwar nach unten ausgelöst, aber wir sahen auch gleichzeitig einen Liquidity-Aufbau zur Oberseite. Da hatten wir also diese Trendlinie hier angelegt und das Szenario mit euch besprochen, dass wenn wir die Trendlinie nach oben hin verlassen, dass wir dann unsere Short-Position, die wir nochmals aufgebaut hatten, bänden müssen, damit wir nichts riskieren, damit wir keinen Verlust einfahren. Aber dieser Level ist natürlich für uns auch wieder super interessant gewesen. Denn angenommen, er schafft den Durchbruch durch die Trendlinie nicht und wir kriegen klare Verkaufssignale im NZD Yen, wäre es dann nicht die Möglichkeit gewesen, nochmal wieder nachzukaufen, beziehungsweise eine weitere Short-Position aufzubauen. Und genau das haben wir natürlich gemacht, denn der NZD Yen sollte einfach eine wahre Gelddruckmaschine sein und bleiben. Wir gucken also rein und schauen uns diese Trendlinie im NZD Yen noch einmal genauer an. Wie hat sich der Kurs da verhalten? Was ist passiert? Haben wir eventuell die Möglichkeit gehabt, hier nochmal eine Position zu eröffnen? Und da ist der 5-Minuten-Timeframe für uns ganz entscheidend. Das heißt, wir schauen jetzt hier in einer kleineren Zeiteinheit, wie verhält sich der Kurs und was kriegen wir für ein Feedback. Uns muss erstmal klar sein, dass mit dem Erreichen der Trendlinie der höheren Zeiteinheit hier oben vermutlich die Retail-Trader ihre Stopps legen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir hier jetzt nochmal wieder hochkommen, hier nochmal wieder rüberlaufen und einen Liquidity-Sweep zur Oberseite machen, die ist sehr, sehr groß. Und deshalb müssen wir dann schauen, haben wir eventuell die Möglichkeit, mit ganz deutlich steigenden Tiefpunkten eine klare Struktur zu erkennen. Denn wenn das nämlich der Fall ist, dann können wir auch wieder davon ausgehen, dass hier unter jede Menge Stops liegen. So, und wenn wir dann quasi einen Liquidity-Aufbau zur Unterseite kriegen, dann wäre das für uns natürlich perfekt. Und dementsprechend müssen wir genau hingucken, was passiert hier an dem Level. Und da sehen wir es. Hier sehen wir schon den Liquidity-Sweep zur Oberseite. Das heißt, die Stops werden hier einmal abgeräumt und der Kurs kommt wieder weiter nach unten. Und jetzt wird es spannend, denn wir schaffen mit der nächsten Bewegung keinen neuen Hochpunkt mehr. Im Gegenteil. Wir laufen wieder Richtung Trendlinie. Was macht der Kurs? Er macht einen Chock, und zwar ein Change of Character an diesem Level. Zack. Der optimale Zeitpunkt für eine Short-Position. Der Stopp kommt einfach über die letzten Hochpunkte. Da darf der Kurs natürlich nicht mehr drüber gehen. Und dann haben wir hier unseren Trade. Ganz einfaches Ding. Mit Bruch der Trendlinie sollte der Kurs weiter nach unten laufen. Neue Hochpunkte sind nicht wünschenswert. Und dann schauen wir, was passiert. Der Kurs knallt einfach nur noch nach unten. Und auch gut zu sehen ist, dass der Kurs nie wieder zu unserem Einstiegs-Level letztendlich rüberläuft. Also wir kommen nicht wirklich in den Minus. Und das ist immer so das Entscheidende. Das heißt, für uns ist perfekte Timing. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen, um eine Position hier zu eröffnen. Also NZDN noch mal wieder an der starken Trendlinie, die wir hier mit euch kommuniziert hatten im letzten Video, noch mal wieder eine Verkaufsgelegenheit, weil der Kurs dann nicht durchgegangen ist. Ganz einfaches Ding. Und da muss man halt auch immer ein Stück weit schauen, von wo kam der Kurs, was ist passiert, sind wir in einer SKS und so weiter und so fort. Da kommen natürlich mehrere Dinge hinzu, aber das sind alles einfach Teile, die wir bei uns in den 5-Mars-Grund-Gesetzen ganz klar lernen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, werfen wir noch mal einmal ganz kurz einen Blick auf Sojabohnen. Sojabohnen sehen aktuell so aus. Und das ist immer noch ein intakter Aufwärtstrend im 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, es gibt momentan noch keinen wirklichen Grund, hier einzugreifen. Es wäre erst ratsam, die Position glatt zu stellen, wenn wir tatsächlich unter dieses letzte Zwischentief laufen. Da sollten wir eigentlich nicht mehr drüber gehen, denn das hat einen signifikanten neuen Hochpunkt ausgelöst und von daher wäre hierunter dann der Trend gebrochen. Mit einem Schlusskurs unter dem letzten Tief wäre Sojabohnen für uns also Geschichte, dann würden wir unsere Gewinne realisieren oder dann gegebenenfalls für einen späteren Zeitpunkt noch mal wieder drauf springen. Wenn sich ein neuer Trend etablieren sollte. Ansonsten ist das erstmal für die Sojabohnen ein wunderschönes Chartbild, was wir hier vorfinden und ein absolut intakter Aufwärtstrend. So wünscht man sich das. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir noch mal einen Blick hinter die Kulissen, schauen noch einmal ganz kurz, wie sich unsere Positionen bis heute entwickelt haben, was wir da überhaupt noch am Laufen haben und so weiter und so fort. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich irrsinnig über ein Däumchen, vielleicht auch mal einen Kommentar. Wenn jemand von euch, den NZDN, diese Gelddruckmaschine, bis heute quasi halten konnte, der hat einen richtigen Reibach gemacht. Also da würde ich gar nicht... Das hätte ich den komplett gehalten. Heidewitzker. Das wäre ein absoluter Rekord-Trade geworden. Aber gut, so haben wir ihn zumindest ein Stückchenweise mitgenommen. Das ist ja auch schon mal was. Also genießt das Wochenende, ihr Lieben. Lasst euch nicht ärgern. Und denkt immer daran, die fünf magischen Grundgesetze sind auf eurer Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris vom Team Trading Welt. So, hier nochmal ein schneller Blick hinter die Kulissen. Wir sehen hier die zwei geöffneten Short-Positionen. Hier nochmal nachgelegt, nachdem wir Schwäche in der kleineren Zeiteinheit gesehen hatten. Das ist der NZD-Jepi. Wundervoll nochmal nach unten mitgenommen. Dann schauen wir in den GBP-Out. Hier sahen wir den Liquidity-Pool, wie im letzten Video angekündigt. Und da haben wir eine Long-Position aufgebaut. Was wir eigentlich generell nicht machen, aber es war einfach zu offensichtlich. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann geben wir hier Long nochmal kurz ein kleines Stückchen mit, bis wir in die potenzielle Verkaufszone kommen. Und last but not least, Sojabohnen immer noch intakter Aufwärtstrend. Wir haben das letzte signifikante Tief nicht unterschritten. Wir lassen unsere Position weiterhin laufen. Und damit sind wir aktuell bei 31.000 Dollar Gewinn, meine lieben Freunde. Und das ist der helle Wahnsinn. Sojabohnen wird auch noch zu einer Cash-Cow, wie ich das hier schon sehe. Aber ja, allem voran der NZD-Jabbi mit einer wunderschönen SKS-Formation hier. Einfach nur genial. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nein, es ist der helle Wahnsinn. Nein, es ist der helle Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal.